Was hat denn der so für spezielle Features? Ja, wir unterscheiden uns speziell bei diesen Geräten von den herkömmlichen, den marktbefindlichen Maschinen, weil wir hier auf eine Technik verweisen, die die Schnitttiefeneinstellung über ein Fußpedal mit einer integrierten Gasdruckfeder aufweist. Das hat eigentlich einen Vorteil, dass wir hier nicht wie herkömmlich mit einer Kurve arbeiten müssen, die natürlich Vibrationen auf das Sägeblatt ausübt, sondern hier haben wir alles von hinten. Ich habe die Maschine voll im Griff und habe die Möglichkeit natürlich hier stufenlos einzuschwenken, was natürlich dann auch sehr effektiv und gerade anwenderfreundlich ist.